Hast du den Raketenwerfer benutzt? Nein. Wer dann? Keiner. Wer war es? Ich weiß es nicht. Du hast doch eben noch gesagt, keiner. Ja. Jetzt sagst du, du wüsstest es nicht, was verschweigst du mir? Nicht? Ich versuche dir zu helfen. Ich vertraue dir. Ich dachte, das beruht auf Gegenseitigkeit. Was ist passiert? Nein, ich kann es dir nicht erzählen. Also es ist was passiert? Bitte. Ja. Ja. Es ist was passiert, was nicht geplant war. Okay, okay. Wenn du mir nicht sagst, was, kann ich dir auch nicht helfen. Ja. Ist deine Entscheidung. Ja, ja. Aber ich würde es mir erzählen. Ja, ja, ja. Okay, das war gelogen. Ich wüsste es ja schon, dann müsste ich mir nicht selber erzählen. Das klingt logisch. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Okay, dann ist gut. Bitte sag ihm nichts. So denkst du von mir. Ich weiß, wie gefährlich es sein kann. Ja, aber ich kann ja nicht. Ich weiß ja nichts. Das ist richtig. Aber wenn du es mir erzählst, kann ich dir helfen. Das geht nicht. Er würde es sowieso erfahren. Ne, ne, ne. Doch, doch, doch. Nicht unbedingt. Wie nicht unbedingt? Ja, nicht ... ich ... Was? Ich habe einen Plan. Einen Plan? Einen Plan. Mit Planwagen? Ne, ohne. Ohne Planwagen? Hm. Aber ich brauche dafür keinen Planwagen. Ist egal. Ne, ne. Komm gar nicht in die Tüte. Ach so. Na dann. Also ich habe dir meine Hilfe angeboten. Wenn du dich umentscheidest, bin ich da. Aber ich glaube, die Zeit läuft. Ja, danke. Tschüss.